Ladies and Gentlemen, willkommen zu einer weiteren Runde Minecraft Shattered World. So, es ist eine gute Zeit vergangen hier auf dem Server. Circa zwei Wochen. Könnte vielleicht daran liegen, dass ich mittlerweile im Urlaub war. Ja, ich war über die Silvestertage vom 19.30. ungefähr bis zum 3. war ich in Lörrach. Ein paar Freunde besuchen. Und in der Zwischenzeit wurde hier mal weiter gespielt. Äh, warte mal kurz. Wer will, kann mal gerade hallo YouTube schreiben. So, ich war in der Zwischenzeit auch nicht so ganz untätig. Ich wollte schon sagen, es kommt jetzt der Seller YouTube. Ist dann irgendwie gerade ein bisschen Schraub. Äh, pfff. Wow. Ah, da kommen sie. Ja. Ich war auf jeden Fall nicht so ganz untätig. Ich habe ein bisschen was vorgearbeitet. So, selbst das Server sagt, hallo. Ich habe hier so ein paar Erze verarbeitet. Ein bisschen gelagert. Und auch unbewusst ein paar Quests erledigt. Unter anderem hier einmal Sharkhole. Ich glaube, das habe ich sogar in der Folge gezeigt. Kriegen wir einen Diamant. Herrschaft des Feuers. Kriegen wir einen Bucket. Oh. Danke. So. Wie ich ja. Ah, so macht er doch Spaß. Ähm. Ich bin gerade am Lecken. Hallo. Ah, okay. So. Und ich habe hier, ich hatte schon mal angefangen so ein paar Seeds zu breeden. So Cross-Green. Ähm. Wir können jetzt hier Tea- oder Coffee-Kriegel rausnehmen. Kriegen wir Orangen-Zapplings und Blueberry-Seeds. Ich würde sagen, ich bin jetzt eher der Tee-Träger. Dann nehmen wir doch schön Tea-Seeds. Nahrung vorbereiten. Nun bekommen wir noch Lime-Barley und Korn. Nehmen wir auch. Alles ist dankend an. Äh. Das tun wir aber erstmal hier rein. Oh. Krass aus der Zeit. Hätte ich echt nicht erwartet. Also wenn du auch hier rein schaust Micha. Kleines Hallo. So. Das tun wir jetzt mal weg. So. Generell würde ich jetzt sagen. Wir könnten hier ein bisschen weiter arbeiten. Kriegen wir ein bisschen was zu essen. Ein Iron-Hand-Rack. Ich würde aber erstmal sagen, wir machen hier ein bisschen weiter. Wir brauchen ein Gear-Cars und kriegen Hamburger vier Stück. Die Trash-Cam. Könnten wir auch sogar noch schnell machen. Ja. Machen wir aber schnell. Da flitzen wir einmal nach oben. Die habe ich schon mal versucht zumindest ein bisschen auszubauen. Ja, ich muss irgendwie nochmal schauen, dass ich hier ein bisschen besseres Lagersitzchen kriege. Äh. Ah ja. Ähm. Was ich auch schon gesehen habe. Eine Möglichkeit der Koppel-Generierung über die Transfer-Nodes ist nicht möglich. Einfach, dass es wurde disabled. Also ich glaube zumindest es wurde disabled, dass... Sag mal schnell, dass die Transfer-Node oder das World-Interaction-Upgrade diese Funktion hat. So. Äh. Äh. Hier haben wir sicher schon ich habe Potato und Weed auf 1010. Ich habe eigentlich schon mehr auf 1010, aber man muss hier noch was weiter ausbauen. So. Äh. Ja. Okay. Dann war ich hier dran. Wir müssen auch noch schauen, dass wir an ein Gear rankommen. Ich glaube da brauchen wir mindestens das... Ohpala. Da ist Stone-Gear. Okay. Wie kommen wir hier dran? Iron. Iron Gear. Foot Gear. Aha. Äh. Wir brauchen wir für� Conference. Nee. Okay, jetzt fängt es zu langsam an. Gears Deal, Enderium, nein, nein, nein. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Aha! Okay, wir brauchen ja... Warte, hab ich schon mal die Eigenschaft? Okay, ja, das wird schon eine dauernde Zeit machen. Also momentan würde ich sagen, schau mal hier die Workbench an. So, Workbench. Das sollte gut sein. Wir brauchen nur Holz hier, okay. Ein bisschen Holz haben wir hier. Ich hoffe, das reicht. Oh. Da hatte ich noch Material. Drei. War das so? Nee. Klop. 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 Okay. Ich hab die Musik gerade leiser gemacht. Okay. Dann vielen Dank an dich. So, Workbench. Die... Klopfen wir mal hier rein. Ah, das hört immer noch so ein bisschen Schlup auf. Oh. Okay, also für so ein... Das ist jetzt gerade fast schief gegangen. Ich hab gerade aus Versehen fast auf... Ähm. Wir sind jetzt das gleiche. Okay. Äh, wir brauchen einen Pfeilenkopf. Ironfile. Ich hab das mal so. 50. Okay. Das ist kein Thema. Das ist auch kein Thema. 1, 2. 1, 2. 1, 2. Den Ironfile hat haben wir. Und wir brauchen jetzt nur noch... 1, 2. So. Moment, das ist auch richtig. Ne. Wir brauchen noch einen Leder. Leder sollten wir auch haben, aber nicht hier. Da hab ich auf jeden Fall ein bisschen Kompost. Ein bisschen ist gut. Äh... So. Zack. Zack. Stonefile hat. Ironfile. So. Und wie geht das Ganze jetzt hier? Oh. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das klappt. So. Was kommt hier? Ein anfängliche Woodgear. Okay. Das müssen wir ein paar Mal durchlaufen. So. So. Ich hoffe, dass das jetzt auch klappt. Schauen wir uns doch mal ein bisschen hier durch. So. Na. Kommt schon. Hast du Schluck auf oder was ist los? Hm. Wir schauen mal über dessen nochmal hier durch. Nein. Puh. Ich hör mal, dass meine Mutter im Nachbarraum versucht, einem Hund zu überreden, ins Badezimmer zu kommen. Schade, keine Animation. So. Irgendwie habe ich da gerade ein ganz ungutes Gefühl. Na ja, da habe ich schon ein bisschen Schluck auf der Server. Eins. Zwei. Hoffen wir mal, dass es klappt. Hier das Goldgear rausnehmen. So. Schauen wir mal, was wir da jetzt noch machen können. Die Trashcam. Stimmt. Da waren wir auch noch dran. Also wir werden jetzt nicht ganz unproduktiv sein heute. Ich habe irgendwie das Gefühl, das gibt es gerade keinen. Ne. Trashcam. Platzieren wir mal da hin. Claim reward. Sehr schön. Äh, ne. Falsch vor. Das kommt da hin. So. Äh, was kann man noch machen? Ähm. Du, 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 du. Hier vielleicht noch was. Ja. Wir könnten die Bakeware noch machen. Also das Zeug zum Backen. Äh. Wir verbrauchen mal Clay. Clay haben wir nicht. Clay müssen wir machen. Das kostet uns Arbeit. Und auf Arbeit habe ich keinen Bock. Ich erkenne langsam ein Muster. So. Äh. Das brauche ich. Brauche ich doch nicht. So. Und dann brauchen wir noch mal ein kleines Stückchen Kohle. Alter. Vielleicht mache ich demnächst da noch mal ein bisschen Charcoal. Flup, flup. Wie sieht das hier eigentlich aus? Irgendwas gespawnt hier. Äh, ja. Ja. An die muss ich mich noch gewöhnen. Jetzt werde ich aber mal ganz kurz schauen. Nö. Da würde ich mich ganz ehrlich mal. Von den sie jetzt würde ich ganz ehrlich welche haben. Weil ich habe auch nicht so wirklich Bock hier auf dem Server eine äh großartige Farm, eine Mobfarm anzubauen. Ja. Generell wollte ich auch mal schauen, dass ich hier oft wie ein bisschen anfange auszubauen. So. Darauf bin ich gespannt. Ich hoffe, dass was klappen wird. Äh. Wann testen wir mal ganz kurz eventan ein bisschen was aufräumen. Äh. Shiny habe ich sogar noch nicht. Wieso passiert hier nichts? Schmelze! Bitte! Ähm. Hallo? Gold? Ähm. Irgendwas sagt mir da stimmt was nicht. Äh. Ich denke so ein bisschen wenn ich hier den Gears fest. Das gefällt mir nicht. Also generell werde ich mal sagen hier das äh Crossbreed und sowas. Außer das hier vielleicht. Äh. Würde ich gerne Ostwin machen. Einfach weil das ist so schön langweilig. Ich glaube ich habe keinen Bock mich ungefähr 20 Minuten lang hier zu sehen wie ich so einfach warte bis die Pflanze hochgewachsen ist. Ah. Jetzt. Und? Ich wusste es. So. Bevor ich aber hier Scheiße mache. Äh. Okay. Also. Ich habe hier ein Wood Gear. Da müssen wir doch einmal komplett hier durchgehen. Im Gear Cast. Okay. Nein. 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 Da haben wir den Übeltäter. So, jetzt aber bitte. Jawohl! So geht es. Und, und. Tada! Ja, das Server jetzt mal ein bisschen weniger Schock auf hätte. Danke. Sehr schön, die Hießerei. Clay Reward. Das machen wir da mal wieder rein. Die Redstone Clock auch. Und, ähm, wir machen mal ein bisschen Silber. Das können wir bestimmt gebrauchen. So, was als nächstes? Wandern ist jetzt Müllers Lust. Die Travelers Rüstung, die könnte man machen. Äh, 15 Minuten. Dafür brauchen wir Gold. Hallo, ja gut. Das werde ich dann in der nächsten... Okay, sogar in der Tatkanister. Werde ich vorbereiten. Das neue Zeitalter. Wir brauchen 14 Ingets. Duh, du, 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 du. Claim Reward. Ah, ne, Entschuldigung. Reward geclaimed. Äh, hä. Ja, eine Rostlaube. Wir sollen uns eine Eisenrüstung machen. Oh, ich sehe da irgendwie schon was kommen. Ähm, oh, das Rezept hat er nicht verändert. Okay. Äh, dö, 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 dö. Backpack. Ist einfach Leder. Und ein paar Strings. Äh, ein Rucksack ist genau das richtige, was wir brauchen. Denn wir diesen auch noch leicht vergrößern können. Vielfalt nicht zu unserem Glück. Einfach das Upgrade in den Rucksack legen. Und dann darauf recht klicken. Fertig. Es gibt auch eine Schnelltaste, um den ersten Rucksack im Inventar zu öffnen. Joa. Was sind das hier? Die Upgrades? Okay. Der Wassertank. Da ist mir doch glatt ein kleiner Teilchen im Weg. Aber voll. Wohin mit dem ganzen Wasser? Ähm, was brauchen wir dafür? Das ist auch kein Thema. Als nächstes sollten wir auch schon eine Tool Forge machen. Slime Crystals. Okay. Es geht voran. Es geht schon voran, muss ich sagen. Ich will das halt sagen. Wir lassen die Eisenrüstung sogar erstmal sein. Und gehen das halt hier auf die hier. Einfach weil die viel mehr Boni hat. Oh. Index 11, Size 8. Okay. Was ich aber noch oben gesehen habe. Ich habe oben noch ein paar Seat Breaks. Die würde ich noch genauer verwenden für. Na, wo habe ich sie? Hier. Die würde ich sogar verwenden, um noch ein bisschen die Schmiede zu erweitern. Ich glaube zwar nicht, dass es noch großartig was gibt. Ne, ne. Vergiss es. Also die würde ich auf jeden Fall bis da oben an die Decke bringen. Ähm, ich würde sogar sagen, wir machen uns noch, hier nach mache ich direkt noch eine Folge weiter. Dann kümmere ich mich noch um ein paar Quests. Und in der Folge danach würde ich sogar ein bisschen anfangen zu bauen hier. Mache ich mal eine kleine Baufolge. Äh, du, du, du. Block of Iron. Wie viel Eisen haben wir? Ja gut, das ist kein Thema. Äh, ich will mal kurz schauen. Der Extruder. Okay, der braucht Gears, die können wir herstellen. Das ist kein Thema. Ähm, das ist kein Thema. Das schon eher. Weil wir verbrauchen eine Assembly Table und den haben wir noch nicht. Assembly. Diamond Gear, das ist jetzt kein Thema mehr, aber der Laser und die Energie dafür. Ja. Äh, äh. Da ich es jetzt schon weiß, lieber Baker Man. Ich habe heute gesehen, du hast bei mir in der Folge einen Kommentar gelassen. Also schaust er wohl auch irgendwie rein. Was ich irgendwie gar nicht nachvollziehen kann. Wie kannst du dir die Scheiße hier eigentlich geben? Nee, ist im Ernst. Ich sehe schon, ja, das wird ein lustiges, lustiges Projekt. So, das ist geschmolzen. Ich mache jetzt noch ein bisschen Alu hinterher. Ja, da würde ich jetzt sagen. Ähm. Wir machen jetzt noch eine kleine... Eine Baufolge. Das war gerade dumm, dass ich hier gemacht habe. Nee. Wir machen jetzt noch eine kleine Questfolge. Und danach kümmern wir uns mal hier ein bisschen, dass es ein bisschen schick aussieht. Gut. Dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Lasst ein Like oder einen Kommentar. Auf jeden Fall jetzt. Tschüss. 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 Untertitelung.